Heute stelle ich euch Markus Binder vor. Markus ist eine steirische Eiche. Wie Arnold Schwarzenegger. Nur etwas kleiner und im Rolli. Markus ist ein Bodybuilder und Model. Er hat sogar schon mal bei der Mr. Styria-Wahl teilgenommen. Und ich glaube, er wurde sogar Dritter. Auf Instagram zeigt er eindrucksvoll als Limits dazu da sind, versetzt zu werden. Auf Facebook macht er mit Rollstuhl Bodybuilding Austria klar, dass er nicht alleine ist. Ich weiß zwar immer noch nicht, warum ein Sixpack besser sein soll, als ein hübsches Zehnerfass. Aber das soll euch nicht daran hindern, ihm zu folgen. Denn reinschauen lohnt sich. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich freue mich.